Wir kritisieren Google und Facebook, weil sie den Vorwurf des Overblockings nicht haben, ausräumen können. Allerdings ist dieses Overblocking auch begünstigt durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Google und Facebook berufen sich auf eine Art digitales Hausrecht und löschen offenbar Inhalte, die eigentlich legal sind oder zumindest an der Grenze des Legalen und berufen sich da auf ein digitales Hausrecht. Allerdings sind Google und Facebook eben mehr als private Unternehmen. Sie konstituieren Öffentlichkeit. Sie sind für unsere demokratische Öffentlichkeit heute ganz, ganz wichtig. Das sehen wir noch viel mehr in vielen autoritären Ländern, wo Google und Facebook die einzigen Distributionsplattformen für unabhängige Medien sind. Ägypten ist ein solches Land, wo wir viele Medien beobachten, die nur dank Facebook existieren. Deswegen ist die Bundesregierung jetzt in der Pflicht dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz endlich zu überarbeiten und die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, indem sie eine unabhängige Aufsicht bekommen durch die Regierung, die kontrolliert, wie gelöscht wird.